Gestern und heute haben wir unsere Arbeitsklasse abgehalten und da haben wir uns jetzt vorbereitet auf die verschiedenen Themen, die für die Tiroler Bevölkerung ganz besonders wichtig sind. Wir haben versprochen, dass wir drei Themenbereiche rasch in Angriff nehmen, damit wir weiterkommen. Das ist einerseits das Thema Transitverkehr. Hier haben wir uns vorbereitet und auch den Tiroler Landtag gebeten, dass man einen gemeinsamen Antrag zustande bringt. Der Wunsch ist, dass alle Parteien diesem Antrag zustimmen, damit wir am 12. Juni, wo dort dieser große Verkehrsgipfel stattfindet in Bozen, mit der Stärkung des Tiroler Landtages auftreten können, was die Choridormaut betrifft, LKW, Obergrenze, Blockabfertigungen und dergleichen werden. Wir müssen diesen Transitwahnsinn auf alle Fälle einnehmen. Wie versprochen ist es dieses Jahr fällig, dass wir von der Tarifreform die Phase 2 umsetzen, die Entlastung der Gelegenheitsfahrerinnen und Fahrer, auch von Familien und Menschen mit Behinderungen. Da legen wir noch ein bisschen nach und ich freue mich, das wird dann Ende des Jahres soweit sein. Gemeinsam auch mit einem neuen Online-Vertriebssystem, die den Bezug von Zeitkarten und auch diesen Gelegenheitsfahrkarten sehr viel einfacher und eben auch günstiger. Das zentrale Thema der Klausur war sicher das Thema Wohnen, leistbares Wohnen. Wir haben uns ja auch in unserem Regierungsprogramm ganz eindeutig dazu bekannt, dass für Tirolerinnen und Tiroler das Wohnen in unserem Land auch leistbar sein muss. Wir wollen ja hier in diesen fünf Jahren 12.000 Wohnungen schaffen. Wir können auch froh sein, dass wir im Zeitraum von Jänner bis April bereits 600 geförderte Wohnungen ermöglicht haben. Aber wir müssen hier noch sehr viel tun und haben hier einerseits die Vorschläge in einer eigenen technischen Arbeitsgruppe in Auftrag gegeben, Vorschläge zur Reduzierung der Baukosten zu arbeiten und andererseits ein Konzept zu einer gemeindespezifischen Wohnbedarfserhebung.